Au, Backe, Mund zu, sonst fliegt was rein. Kreischalarmstadt Sonnenbaden an diesem Strand im US-Bundesstaat Rhode Island. Ein Insektenschwarm mischt die Badegäste auf. Sonnenschirme werden zu Schutzschilden. Die Szene gleicht der biblischen Heuschreckenplage. Tatsächlich sind hier aber Libellen am Werk. Als Einzelexemplar schön anzuschauen. Aber in dieser Masse einfach zu viel. Hier verteidigt sich einer mit Bodyboard. Dieses Paar tritt lieber den Rückzug zum Auto an. Libellenschwärme bilden sich zum Beispiel, wenn ihre Nahrung, wie Fliegen und Mücken, durch Wetteranomalien in höhere Luftschichten aufgewirbelt wird. Oder sie einfach mit dem Wind zu neuen Brutplätzen ziehen. Glück für die Badegäste. Die Insekteninvasion ist nach wenigen Minuten vorbei. Die Insekteninvasion Untertitelung des ZDF, 2020